Hallo und herzlich willkommen. Schön seid ihr wieder dabei. Heute werden wir eine Aubergine Carpaccio zubereiten. Und wie das geht zeige ich euch gleich. Nun schneiden wir die Aubergine in gleichmässige Scheiben. Damit die Aubergine etwas Wasser ziehen kann, legen wir sie auf Küchenpapier aus und salten sie. In der Zwischenzeit heizen wir noch den Grill an. Nun legen wir die Aubergine auf den Grill, bis sie gar sind. Nun bestreichen wir noch die Aubergine mit etwas Öl. Schauen wir mal nach. Sehen die nicht toll aus? So, nun geht es ans Dekorieren. Schaut mal das schöne Muster an. Das riecht so gut. So, so. Voila. Nehmen wir noch ein bisschen Parmesan. Wow. Dieser Duft. Hm. So. Etwas Rucola. Etwas Salz darüber. So. Und ein bisschen Öl. Und zu guter Letzt ein Cetto Balsamico. Guten Appetit. Duft. Untertitelung des ZDF, 2020